Wenn der Sheriff da rauskommt, dann kriegt er es einen richtigen Applaus. Und zwar so ein Lachdumpeil. Sheriff, wie bei der Schrift? Sheriff! Bist du sehr schön? Ja. Du bist noch abtelefoniert? Mit dem Bürgermeister? Achso. Ja, ich bin nicht. Habt ihr das kaputt gemacht? Ja. Nein. Habt ihr nicht? Ich sehe sowas. So, pass auf. Wir üben euch die Sheriff-Begüse und ich komme gleich raus aus meinem Versteck. Und wenn ich rauskomme, hau die Sheriff und bam, einen Riesenapplaus, da geht's. Achtung, ich verstecke dich jetzt. Nicht, wenn ich im Versteck bin, wenn ich rauskomme. Habt ihr gesehen, davon ist für euch das Versteck echt blöd. Aber es tut mir leid. So, Achtung. Hau die Sheriff! Das war schon mal ein bisschen besser. Das war's von mir. Dankeschön! Nichts! Woo! Vielen Dank.